Hallo ihr Lieben, ich möchte mit euch heute ein Stirnband häkeln in einem schönen Zopfmuster. Ich habe bereits ein Video gemacht, wie ihr so ein Zopfmuster Stirnband stricken könnt. Das stelle ich euch hier oben rein unter der Infocard und verlinke ich euch auch noch mal unten in die Videobeschreibung. Was ihr dafür braucht, ist Wolle. Die Wolle, die ich hier verwende, das ist noch so eine Restwolle, die ich hatte aus dem Paket von Mie Ammitters. Und das ist 100% peoranische Schafswolle, also eine ganz tolle Qualität auch. Und ich werde eine Häkelnadel in der Größe Nummer 7 verwenden. Für später braucht ihr eine Fadenschere und eine Fernmähnadel. Am Anfang macht ihr eine Luftmaschenkette. Diese sollte so lang sein, dass sie gut um euren Kopf passt. Das könnt ihr dann einfach selber ausprobieren. Ich schlage jetzt einfach mal ein paar an und sage euch dann, wie viel es in dem Fall bei mir werden. Also ich habe jetzt einfach so eine Anfangsschlinge gemacht. Lege die auf meine Häkelnadel rauf. Und häkle jetzt Luftmaschen, indem ich den Faden hole und durch meine Masche ziehe. Faden holen und durch die Schlaufe durch. Das ist eine Luftmasche. Drei. Vier. Fünf. Und davon schlagen wir jetzt. So, in meinem Fall habe ich jetzt 44 Maschen angeschlagen. Wie gesagt, ihr probiert das bitte an eurem Kopf selber aus, weil das immer natürlich auch auf die Häkelnadel und auf die Wolle ankommt, wie lang diese Luftmaschenkette wird. Dann mache ich jetzt noch zwei Wendeluftmaschen, weil ich in halben Stäbchen arbeiten möchte. Und steche jetzt hier in die dritte Masche von der Häkelnadel aus gesehen ein und häkle ein halbes Stäbchen. Für ein halbes Stäbchen nehme ich mir einen Umschlag auf die Nadel. Gehe hier vorne durch die Masche durch. Ruhme den Arbeitsfaden. Und habe jetzt drei Schlingen auf der Nadel, die ich alle drei auf einmal abmasche. Das ist ein halbes Stäbchen. Nochmal. Umschlag holen. In die nächste Masche rein. Das ist diese hier. Ich habe drei Schlingen drauf. Und die rieche ich ab. Zwei. Wieder mit Umschlag. Einen Umschlag holen davon hier unten durch, dass ich den Umschlag auf der Nadel habe. In die nächste Masche rein. Und ein halbes Stäbchen näkeln. Und das macht ihr bis zum Ende der Reihe komplett durch. In jede Luftmasche. Ein halbes Stäbchen. Komplett die ganze Reihe. So, ich bin jetzt hier bei meiner letzten Masche. Auch hier häkle ich ein halbes Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann macht ihr wieder zwei Wendeluftmaschen. Dreht das Ganze. Und stecht hier in eure erste Masche rein. Also in die ein, zwei, in die dritte. Und häkle ich wieder. Ein halbes Stäbchen zurück. Dann wieder Umschlag. Und ein halbes Stäbchen. Umschlag. Die nächste Masche rein. Schaut, dass hier beide Maschenglieder auf der Nadel sind. Und hebel dann ein halbes Stäbchen. Und auch das macht ihr komplett die Reihe zurück. Hier am Ende häkle ich auch noch ein halbes Stäbchen. So, diesmal wird einfach gewendet, ohne dass wir Wendeluftmaschen machen. Weil wir jetzt in Kettmaschen, insgesamt fünf Kettmaschen zurückhieken. Für eine Kettmasche geht ihr direkt hier in die erste Masche rein. Ruhet euch den Faden durch und zieht ihn wieder durch. Eins, dann in die nächste rein, Faden holen, umklappen, komplett durch. Zwei, rein, Faden holen, komplett durch. Drei, vier, fünf. Nun häkelt ihr insgesamt 34 Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und so weiter. Insgesamt 34. Wie ihr die 34 Luftmaschen gehäkelt habt, geht ihr jetzt von anderem Ende in die 1, 2, 3, 4, 5. Masche rein und häkelt hier auch eine Kettmasche. Also Faden holen und durchziehen. Faden holen und durchziehen. Faden holen, durchziehen. Durchziehen. Und auch hier in die letzte Faden holen und durchziehen. Dann häkelt ihr wieder zwei Luftmaschen. Als Wendeluftmaschen dreht das Ganze. Und häkelt jetzt in halben Stäbchen zurück. Dann wieder hier in die erste Masche einstechen. Und in halben Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei, drei, vier. Und füllen. Und dann häkelt ihr an eurer Luftmaschenkette weiter. So, und dann häkelt auch hier einfach in jede Masche von dieser Luftmaschenkette ein halbes Stäbchen. Umschlag holen. Und hier einstechen. Umschlag holen und hier einstechen. Das steche immer in die obere Lasche ein. Umschlag holen, einstechen. Und auch das komplett durch. So, ich bin jetzt hier erst am Ende. Ich habe hier jetzt noch drei Maschen übrig. Auch diese häkle ich mit halben Stäbchen ab. Und jetzt noch drei. Noch drei. So, sieht das jetzt aus. Nun werden wir wieder zwei Wendeluftmaschen machen. Das Ganze drehen. Und häkeln jetzt noch eine Reihe in halben Stäbchen komplett zurück. Also hier wieder in die dritte Luftmasche, in die dritte Masche einstechen von der Häkelnadel ausgesehen. Das ist unsere erste Masche. Und in halben Stäbchen zurückhäkeln. Komplett bis zum Ende der Reihe. So, ich bin wieder hier am Ende der Reihe. Und ihr könnt jetzt schon sehen, dass sich hier zwei solche Stränge gebildet haben, die wir für unser Top-Muster brauchen. Und jetzt fehlt noch ein letzter Strang. Der dritte Strang. Hier verwenden wir jetzt. Erstmal unsere Arbeit. Und häkeln jetzt wieder fünf Kettmaschen. Also ich gehe hier gleich in die erste rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann häkle ich wieder meine 34 Luftmaschen. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Sieben. Also insgesamt 34 Luftmaschen, die wir dann wieder hier an der fünften Masche anbringen werden. Jetzt häkelt ihr wieder 34 Luftmaschen. Nachdem ich meine 34 Luftmaschen gehäkelt habe, zähle ich jetzt wieder hier zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und steche hier in die fünfte ein. Und häkle eine Kettmasche. Eins. Insgesamt fünf Stück. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Danach häkeln wir wieder zwei Wendeluftmaschen. Wir wenden unsere ganze Arbeit. Und häkeln jetzt zurück in halben Stäbchen wieder. Dafür einstechen. Geht ihr durch diese erste Kettmasche durch. Und eine halbe Stäbchen nähten. Umschlag holen. Drei. Vier. Und fünf. Und dann sind wir wieder an unserer Luftmaschenkette angelangt. Und hier häkeln wir in jede Luftmasche ein halbes Stäbchen. Also wie gesagt, ich steche hier immer in dieses obere Maschenkleb ein. Wo ihr da eigentlich einsteht, ist relativ egal. Es sollte halt nur möglichst gleichmäßig sein. Und das macht ihr jetzt auch komplett wieder durch. Bis zum Ende der Reihe. Erst die Luftmaschenkette. Und dann am Ende noch in die fünf Maschen vom Ende der Reihe. Bis ihr komplett die Reihe durchgehebt. So. Hier haben wir noch die letzten zwei Maschen. Und jetzt stricken wir noch, äh, häkeln wir noch ein letztes Mal zurück. Also ihr macht wieder zwei Wendeluftmaschen. Komplette Arbeit wenden. Und jetzt hier in die ein, zwei, hier in die dritte. Das ist diese hier. In halben Stäbchen komplett noch eine Reihe zurück. Hiekeln. So, ich habe hier noch drei Maschen zum Hiekeln. Eins, zwei. Und die letzte ist hier. Drei. Jetzt schneiden wir unser Garn ab. Das lassen wir jetzt aber noch hängen, weil wir das dann erst später vernähen, wenn wir ein Ziehen hier komplett durchziehen. Und das vernähen wir dann später, wenn wir das Band zusammen nähen. So, dann nägt ihr euch das jetzt in Form. So sieht das Ganze jetzt aus. Haben sich hier, wie ihr sehen könnt, drei gleichmäßige Stränge gebildet. Und jetzt beginnen wir mit dem Zopfmuster, in dem wir uns das jetzt hier so flach hinlegen. Ihr fangt an mit dem rechten Strang und legt ihn über die Mitte. Dann macht ihr das gleiche mit dem linken. Und immer schön darauf achten, dass sich hier nichts verdreht und die Stränge schon flach bleiben. Was unten passiert, das kümmert uns erstmal nichts. Und der rechte wird wieder darüber gelegt. Und nun nehmt ihr euer Endstück und klappt das um. Und es wird hier jetzt durch diese Lücke, durch diese rechte Lücke, durchgeschoben und runtergezogen. Das unten ist jetzt immer noch etwas verdreht, aber das wird jetzt beim zweiten Mal sich wieder enddrehen. Das seht ihr gleich. So, dann geht's weiter. Diesmal starten wir mit der linken Seite. Also wir legen uns links rüber. Gucken, dass alles flach ist. Dann von rechts in die Mitte rüber. Und von links in die Mitte rüber. Und nun nehmen wir nochmal das Endstück und fädeln das diesmal auf der linken Seite einmal so durch. Und voila. Es ist wieder gerade. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Einmal von rechts. Und wir ziehen das hier wieder durch diese Lücke durch. Umklappen und einmal durch. Und dann das gleiche jetzt nochmal von der linken Seite. Und dann das gleiche jetzt nochmal von der linken Seite. links. Und links. Jetzt am Ende wird es etwas eng. Und links. Und noch einmal hier durch. Dann tut er das Ganze noch in Form ziehen. Das alles schön gleichmäßig ist. Und was ihr jetzt noch machen müsst, ist diese beiden Endstücken. Also das Sternband sieht sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite schön aus. Die nehmt ihr jetzt zusammen. Und vernäht das Ganze. Das werde ich jetzt. Das Vernähen mache ich hier einfach ganz einfach, indem ich mir hier einfach Masche für Masche den Faden durch ziehe. immer von einer Seite auf die andere. So, ich habe das jetzt hier hinten vernäht. Also das sieht man dann später auch kaum, weil das ja sowieso das Stirnband dann hinten am Hinterkopf getragen wird. Und das ist jetzt meine Vorderseite. So sieht das Ganze aus. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachriegeln. Bis bald. Eure Maschenmarie.